Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video geht glaube ich nicht allzu lange, denn ich habe die neue Luchess bekommen. Oder so. Oder es ist nur ein, was Marc jetzt meinte, nur ein Geschenk, für das ich ein 12-Monats-Abo genommen habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist sie. Keine Box, eine Tüte. Würde mich wundern, wenn das eine ganze Luchess X ist. Aber ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Ich habe keine Ahnung. Aber was habe ich jetzt noch hier liegen jetzt? Saja, bringt momentan alles auf das Sofa. Süßigkeiten, die hatten wir schon mal. Die esse ich nicht noch einmal. Nein, danke. Ein super T-Shirt. Also das ist schon mal wie in der normalen Box. Würde mich wundern, wenn die jetzt auf Tüten umsteigen. Fand ich auf jeden Fall nicht gut. Ein langen Arm im Sommer. What? Also bitte was? Das ist von Superman selber. Sonst sind die eigentlich von Luchess. Ich weiß nicht, die von Superman. Und die ist sehr lang. Könnte sogar ein Kleid sein für mich. Nee. Das ist ein Geschenk. Du bist stolzer Besitzer eines 12-Monats-Abo. Das ist ein ganzes Jahr voller nerdtastischer und epischer Geekbeute. Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Doch in Roochess erlebst du zu jedem Monat eine Überraschung der Zyperlative. Das ultimative extra obendrauf senden wir dir hier mit dieses exklusive T-Shirt. Viel Spaß damit. Jo. Kleine Nachricht von Ihnen. Und ein 15% Gutschein für... Etwas aus Ihrem Shop. Gucke ich mir das auf jeden Fall mal an. Irgendwas werde ich sicherlich finden. Als teurer Luchess-Stammkunde essst du heute als Dankeschön deine Kundenkarte für dein Luchess-Store. Spare ab sofort 15% bei jeder Bestellung auf www.luchess.store Das ist ja voll cool. Das heißt, das ist nicht ein Gutschein für 15%. Das ist ein lebenslanger Gutschein. Bei jedem Einkauf kann ich 15% sparen. Egal wie oft ich einkaufe. Das ist meine Kundenkarte sozusagen. Cool. Cool. Vielleicht mache ich ja mal selber ein Paket von bei denen. Und packe die dann mit euch aus. Also etwas, wo ich dann halt schon weiß, dass es drin ist, aber wo mir wirklich alle Sachen gefallen. Das war doch mal eine Idee. Cool. Auf jeden Fall vielen Dank von Luchess. Gefällt mir sehr. Langarm wird auf jeden Fall direkt weggepackt, weil Sommer war ja warm. Aber vom Motiv her finde ich es cool. Ist mal was anderes. Könnte man fast das Kalb benutzen. Mal gucken, wie es angezogen aussieht. Aber es ist halt wirklich sehr lang. Habt ihr das gehört? Dann ist er mich neben mir. Zieh mal da rein. Jo. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Geste. Ich war auf jeden Fall verwundert, dass er bei meiner Tüte da lag. Michelle von der Kiste, weil ich habe gerade erst eine E-Mail bekommen, gestern oder vorgestern, dass meine Luchess unterwegs ist. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist mal was kürzer. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Darm nach oben. Und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.